Aber hallo, mein Name ist Sascha Zagarias und ich würde mich gerne bei Ihnen als Darsteller Kompase bewerben. Ja, also ich bin leider kein Schauspieler, also kein Ausgebildeter, aber meine Lebenserfahrung hat mich gelehrt. Ja, das schaffst du eigentlich, das kriegst du hin. Ich war schon zwar bei Filmpool, auf Streife und auf Verdachtsfälle und für Herrn Aaron Krause habe ich auch schon ein Musikvideo gedreht. Das hat also so viel Spaß gemacht. Also, dann bis dann. Ich würde mich freuen. Tschüss.